Sei gierig, wenn andere Angst haben. Das war die erste Lektion, die ich in der Finanzwelt lernen musste. Warum? Ich war damals 14, hatte ein bisschen Geld gespart und wollte es gewinnbringend anlegen. Dann kam natürlich ein hochmotivierter Makler auf mich zu und hat mir ein Produkt aufs Auge gedrückt. Ich konnte nicht wirklich sagen, was drinsteckt, habe das überhaupt nicht verstanden. Aber meine Familie hat es auch gut aufgenommen und sogar meine Oma hat dann auch noch eine Tranche gekauft. So wurde ich als kleiner Stift auch gierig und habe nochmal richtig nachgelegt, alles das, was ich hatte. Und es hat keine drei Wochen gedauert, schwupps, hat es sich als Betrug herausgestellt und das Geld war erstmal weg. Das war ganz bescheiden und ich habe auch lange gebraucht, um darüber wegzukommen. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, das kann es ja nicht sein. Es muss ja irgendwas geben, was langfristig Mehrwert schafft. Und so bin ich bei Value Investing gelandet. Mein Idol ist Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt. Und hier sieht man auch, dass das langfristig Werte schafft. Das war, dass du nicht. Man muss ja nichts sagen, was er. Ich habe ihn als Ofen делать bereits. Das war, dass du nicht Principal auf ganz gut. Das war, dass ich weit wegschatzte, der ship was sie, oder andere, Katzen, mit Sitzelwein. Vielen Dank.